Ich glaube der hat Hälfte gekriegt Ich glaube der hat Hälfte gekriegt Und 3 Andere Seite bestimmt Und war das tot Wir haben Einsatzstil Delta erhobert Da, ne? Ne, das ist ein Der Heli ja Ah da kam ne TV Lass mich eben den Fahrzeug operieren Fuck Ich würde die Meter daneben Wieder hochgegangen Da kamen wir unten Ich hab ihn schon 30 abgezogen Na, er hat dieses Finger verkackt Stiftet Ich hab ihn schon 30 abgezogen Ha S-Roll Um 5% hab ich noch Da oben ist Da oben ist Da oben ist Hab einen Wir haben noch bestehendes Baumeck da oder? Wie gut möglich Ja da ist einer Ja Und nur in der Ecke Wir haben die Kontrolle über Einsatzstil Charlie verloren Oder? Na das klappt wieder nicht Alles klar Ja Letztlich deine Stellung ist dein Feindpanzer Ja 1,2,3 Fuck Moment, tschuldige Na ja Ich bin noch bei ihm Wenn welche gehen Also die Sabile Gut Feindliche Rakete im Anflug Anscheinend ist festlich von dir Du bist ein feindlicher Schauschütze Tv komm Hat nen Hit Ah, fuck, zweite ging kaputt Du mein Oh Ich repariere das schon für dich Ja Ich glaub er ist unten und rappt Denk ich mal Ich weiß nicht Ich weiß nicht Da oben ist er Ah, fuck Tv kommt Hab ihn Weiter Ich hab Sichtkontakt zu nem feindlichen Panzerwagen Ich hab Sichtkontakt zu nem feindlichen Panzerwagen Genau löslich deiner aktuellen Position Achtung Einsatz für Charlie wurde lokalisiert Mein Fehler Wird bestimmt wieder da oben Naja Hundertprozentig Redi ist auch der klar Das ist ein feindlicher Panzer Löslich längere Stellung Achtung Einsatz für Charlie wurde erobert Ja, ich hab nen feindlichen Heli in den Boah, knapp Geht da wieder extrem in den Sturzzug Ja Durch sein Heck Ich hab schon ein Achtzehn 221 jetzt Sauber Kann er ja kaum noch nach oben ziehen Ja Ja Boah, da sind 4 oder 5 auf Auf der anderen Seite Dann hab ich und die hinter Da hängen auch Stingertypen glaub ich rum Hab ich Ja Die gehen bestimmt gleich wieder hinter die Wahrscheinlich gleich Die Aachen Einsatz für Charlie Versorg Ja Na Da bin zu spät denn Ich dachte der kommt gerade zu hoch So war es wie nicht hoch Ganz geklappt Ja Ich hab den feindlichen Likopter genau Endlich von dir gesichtet TV Oh, jetzt kommt das Ding ja wieder was Ja Lass uns mal ein Blatt machen Glück gehabt Komm zurück Komm sofort wieder her Ja Ja immer schön zurück pushen Dann Mal da unten wieder Ein kleines Hecht Ist der Ist der Der tut da Habt den einen aber Was sagt der Der Boat rapes us every time Ja man Ja man Ja Die will ihm das Boot hinter den Häusern nerven Ja Ja Soldaten greift durch das Einsatzziel an Feindlicher Helikopter gesichtet BD BD Oh was Die hat er nicht gesehen Achtung Feindlich zu Echo Wurde soll tradizieren Ja Ah Schon durch Ich hab den feindlichen Helikopter gesichtet TV Ist der erst so mega spät Ich hab den feindlichen Scharfschützen Genau wendlich deine aktuelle Stellung gesichtet Wann ist ein anderer rum? Achtung Feindlichen Echo Wurde herrung TV kommt Ja Ne dann ich war nur Ah Jetzt dürfte TV gleich kommen Dann müssen wir wieder haben Feindlicher Helikopter in Sicht Scheiß Nebel Das war immer nix Ja Jetzt kommt TV TV Geil ist der soweit oben Oh Oh da kam noch einer Treff ihn nicht mal Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzteam Charlie verloren Ich hab nen feindlichen Helikopter in Sicht Ja ich hab nen feindlichen Helikopter in Sicht Tja Eier Da oben TV kommt Achtung Der Feind hat einen Soldaten unseres Liebes als HZ getrackt Ich hab nen feindlichen Helikopter gesichtet Ich hab nen feindlichen Helikopter gesichtet Westlich von dir scheinen feindlicher Scharfschütze zu sein Westlich von dir scheinen feindlicher Scharfschütze zu sein Ich reiß' das Einsatzziel als Soldaten Du geholst Geholst Auch da Ich hab nen feindlichen Scharfschützen gesichtet Warum hat's den eigentlich umgeschmissen? Weißt du was? Keine Ahnung, wahrscheinlich hat ihn irgendwas... Kann auch sein, ich weiß nicht. Copy. Heli ist wieder unten zu A geflogen. Da hinten ist er. Oh, was? Ich hätte ihn eigentlich hitteln müssen. Einsatz zielt Schaden wurde neutralisiert. Geh mal, geh mal, push mal, push mal. Er hat eben schon ein bisschen geraucht. Ich habe ihn. Ah, du hast ihn. Oh, was? Keine Hitmarker, ach, schon down. Hälte. Hälte. Ich habe den feindlichen Scharfschütz, östlich deiner Position gesichtet. Hier. Ist der Typ, der ist von immer wieder da. Oh, unter uns, ja. Abgestürzt. Ich habe Sichtkontakt zu dem feindlichen Fahrzeug. Hörstlich deine Antwort und Stellung. Feindlicher Helikopter in Sicht. Boah, hat ihn wieder irgendwas getroffen. Wir hatten Einsatz Ziel-Eco-Fanur. Ich glaube, das Boot spamt ihn irgendwie mit Nizigern zu oder so. Ich habe feindlichen Nizigern in Sicht. Boah, hier oben. Ja, das ist da oben. Da, wo ich den Typen die ganze Zeit gefehlt habe. Ich habe einen leitenden Panzerjäger. Genau, welchen ist deine Ohren in den Gesichtern. Ich bin auf dem runden Gebäude, auf dem unteren. Ein Soldat wurde gerade vom Feind als HZ getaggt. Das war der, den ich die ganze Zeit gekillt habe. Jetzt hat er keinen Bock mehr. No, ich bin gestorben. So dumm. Ein Meter war zu hoch. Ich weiß, wenn du spawnen kannst. Die haben 19 und 12 und 7 zu 13. Ist ganz gut. Ähm... Ja, er stört gleich ab. Jetzt kippst du so ein bisschen. Das waren wir nicht mit. Ja, ich wurde gleich wieder von zwei Stingern gelockt. Ja, das ist echt nervig. Haben die übrigens auch das Boot. Ja, das wird ja da eigentlich gut attackiert. Keine Ahnung. Ja, da ist halt. Einsatzstil Delta ist verloren. Ja, das ist da. Vorhin da oben, ja. Endlich in der aktuellen Position des Feindes Fahrzeug. Ich hab'n feuchtliche Heliensicht! Ich hab'n feuchtliche Heliensicht! Fakt mit! Nice! Oha fuck! Bin einfach gut! Helikopter! Feuchtliche Helikopter! Müsst gleich da unten sein! Ich hab'n Sehtkontakt zu nem feuchtlichen Helikopter! Zug liegt deiner Position! Was? Die Granos auf dem Kopf? Dieses Einsatzziel hat die Granos gezählt! Aber die zweite hätte ich ja nicht treffen müssen! Dördlich deiner Position ist ein feindlicher Helikopter! Keine Ahnung! Die ist gleich wieder ab! Ja, ich hab'n feindlicher Helikopter gesetzt! Oh! Oh! Sehr gut getroffen! Geht er wieder runter? Ah! Genau hinter der Hauptplan da! Mach' mal so knapp! Ab ihn! Ein! Den Rektagon halt! Warte! 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 Ich bin zweimal rein und raus! So! Wo bist du? Ein Ziel! Komm! Oh nice! Warte! Warte! Hilfe! Einsetzt die Eifel ist jetzt unter unserer Kontrolle! Oh! Genau! Ist gut! Der Lippon schon! Warte! Ich hab ihn. Hab ihn. Ja, ganz tief. Ich hab ihn gebrochen. Jo. Ja, war einfach. Ich komm mich hier nicht bewegen. Feindliche Drohne gesichtet. Sie scannt nach Infanterie. Oh, wo er sich versteckt. Soll ich dein Fassel gravieren? Naja, ganz. Er war ziemlich weit hinter A. War schwer. Oh. Pass auf, dass du nicht gleich eine TV kassierst. Bisschen Tempo, wenn ich binden darf. An alle. Einsatzstil Charlie wurde neutralisiert. Noch da. Ja. Der Osterhecke. Einen hab ich. Da ist noch ein zweiter. Auch da oben. Was? So übel geschossen. Der Entlipser. Da hab ich den schon zehnmal gekillt. Aber guck mal da hinten. Auf dem anderen Dach. Ja, der schießt uns mit S-Raw. Hab ihn. War der Typ ganz, wenn du gekillt hätt. Ich muss mal ein bisschen. Ich hab nicht viel Ammo, aber du kannst versuchen. Östlich deiner Stellung ist ein feindlicher Schärfschutz. Ist wieder. Ich hab den feindlichen Helikopter gerichtet. Wir haben einstatt den Eifern neutralisiert. Wow, wow, wow. Hm. Er hört ab und sieht nicht, dass wir ziemlich am Arsch sind. Er hat ein paar Hits. Ja, ich hab den feindlichen Helikopter gesichtet. Hab einer. Hab ich ihn. Der andere scheint rausgesprungen zu sein. Oh. Ja, das kommt. Wir haben gerade Einsatzziel Charlie neutralisiert. So ein Pulsmissar, da war der Arm. Ja. Alter, eigentlich überhaupt nicht. Und das! Verzeih der Krise ins Einsatzziel! Oh. Wir haben einen von uns als AMZ markiert. Achtung! Einsatzziel Charlie wurde erhoben. Oh. Okay. Klatsch. Nice. Lief, ne? Auf jeden Fall. Da müssen wir ein bisschen 2 gegen 2 spielen. Meinser, da zieht mir wen ab. Na. Ist aber ne gute Übung. Ja. Ja. Plus Dinger Pops. Um auch so ein paar Dodge Notizen zu treffen. Aber meinen Pink verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Wenn Star kaputt ist. Dich auch nicht. Da ist das. Ja. Glücklich. Eigentlich auf verschiedener Seite. Ja. Du warst noch schneller? Ja. Besserer PC, weißt du? Äh... Feindlicher Heli-Gesicht. Ich hab'n feindlichen Heli-Gesicht. Komm da. Fertigarten-Hit. Jetzt kommt er nicht mehr hoch. Ich hab'n feindlichen Heli-Gesicht. Da sind andere drinnen. Jetzt mal bauen. Oh, ey. Wir haben hier uns getroffen. Wir sind voll da durchgeflogen. Ich hab'n rausgeschossen. Ich hab'n rausgeschossen. Dann sind wir doch... Ja. Ich hab'n noch einen rausgeschossen. Ich hab'n irgendwie nicht getroffen. Vielleicht hab'n, wenn einer trifft. Warte. Ich hab'n feindlichen Helikopter gesichtet. Da ist ein feindlichen Helikopter. Warte. Der stirbt nicht, der ist vollgeschützt. Warte. Dann. Ich hab'n feindlichen Panzer gesichtet. Ich habe einen feindlichen Helikopter genau Südwitter einer Stellung gesichtet. Wahrscheinlich zu sein. Ich sehe da einen Helikopter. TV kommt. Gerade so ausgewichen. Ich tue so, als würde ich nach rechts gehen. Jetzt pushen. Hat nicht. Nice. Hätte ich eigentlich benötigt geämpft. Jo, war echt gut. Ich habe den feindlichen Helikopter genau Westweg seiner Art zur Exposition gesichtet. Ich habe den feindlichen Soldaten gesehen. Ja, ich habe den feindlichen Panzer gesichtet. Wo? Ja. Jetzt mal schießen. Ich habe den feindlichen Panzer nördlich deiner aktuellen Position gesichtet. Wir haben die Kontrolle über einsatz Ziel im Raum und verloren. Gut. Ich habe den Feindlichen Helikopter gesichtet. Ich habe den feindlichen Helikopter gesichtet. Oh, knapp. Wo er kommt. Ich hab'n feindlichen Heli gesichtet. Ich hab'n feindlichen Heli in Sicht. Ich hab'n feindlichen Heli in Sicht. Die ist hoch, unter. Ein paar Hübschen. Achtung, wir haben Einsatzziel Alpha verloren. TV kommt. Falspanzer nördlich deiner Position. Oh, ist das Dinger? Äh, nicht wirklich, ein bisschen. Lass mal switchen. Passiert nix. Der Zick blieb weg. Jetzt war schon der Gutter automatisch gekickt. Ist er weg? Ja, er wird gleich entweder gekickt oder gebannt. Ja, gestern war ihn gegen der Auto gekickt, nicht immer. Na, haben wir scheinbar jetzt alles eingestellt. Wir haben Einsatzziel Econ neutralisiert. Oh. Hier, die V kommt. Ja, ich hab'n feindlichen Heli gesichtet. Hier, die V kommt noch. Oh, die Scheiß ist ein bisschen zu hoch. Ah, das ist Dinger. Feindlicher Helikopter in Sicht! Muss ich immer drin verstecken. Feindlicher Helikopter gesichtet! Deswegen, was soll ich machen? Ja, ich hab'n feindlichen Heli in Sicht! Hoffen das meine TV trifft. Ach, das war so schlecht eigentlich von ihm. Warum? Wir haben Einsatzziel 1 verloren. Hit! Feindlicher Helikopter in Sicht! Der dort stimmt mal in dieselbe Richtung eigentlich. Das ist das Einsatzstil, das ihr eingreifen sollt! Das finde ich auch nicht aus. Naja, keine Ahnung was für die Typen sind. Ja, da ist ein feindlicher Helikopter. Ich hab'n feindlichen Helikopter. Ich hab'n feindlichen Helikopter. Wir haben menschlich der aktuellen Position einen feindlichen Panzer. Ist doch einer. Wir haben Einsatz in Ecke unneutralisiert. A-Z markiert. Verrückt und neutralisiert. Oh, jetzt geht der wieder runter. Fuck. Ich dachte, der geht schon hoch. Ich hab'n feindlichen Helikopter. Ah, fuck. Westlich von dir ist ein feindlicher Helikopter. Einmal. Okay. Achso, haben sie jetzt nur noch 65 Meter. Die hochkommt, aber der Winkel. Ich hab' ihn noch. Ah, das ist ja gut. Ich hab' den anderen. Boah, was? Was? Dauber. Haha. Verlustig. Ich hab' Lichtkontakt zu nem feindlichen MG Schiff. Es bleibt sich deiner Stellung. A-Z markiert. Nach dem Platz. Ich hab' ihn noch mal kurz. Da unten, sonst da. Die Frau kommt. Ich glaub' ich. Oh, Millimeter vorbei. Oh, nochmal ganz knapp. Da taue ich ein bisschen ab, weil ich keine Ahnung, dass ich sie fülle. Ja. Ja, ich hab'n feindlichen Helikopter gesichtet. Da hat beide geschossen mit. Helikopter! Feindlicher Helikopter! Bock mit der AZ getagged. Macht die Bierhöhle heiß und neutralisiert ihn. Ja, mit der HMV. Nice! Über HVM, oder wie ich's denke. Guck. Echt? Ja, ich hab'n feindlichen Helikopter gesichtet! Okay, warte los. Anscheinend in der Karte der Stellung ein feindlicher Panzerjäger! Den hab' ich grad' gesehen! Der ist schon wieder... Oh, da ist ja einer. Oh, schon tot. Ich bin eigentlich in Sturz geflogen, dass ich den noch nicht bekommen hat, ne? Ja, wahrscheinlich war's genau, deswegen, dass ich wahrscheinlich reingeflogen hab'n. Ich hab'n rumgelackt. Boah, was? Ich bin nicht stuck da oben, wenn ich ihn voll getroffen. Was war's? Was war's? Oh! Hab sie zerschossen! Geil! Soll ich dein Fahrzeug reparieren? Anschweißen ist da nicht verladen! 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 Dann kommt noch einer! Einsatz in Echo wurde gerade an der Karte! Ich hab's ein bisschen getroffen, aber... Nicht ganz kaputt. Ja. Oh, jetzt wär' er fast reingedutscht. Mann, wenn die nicht stuck wär', ey, das ist doch kacke. Der hat grad richtig kassiert. Ja, jetzt auch noch einer. Das ist ja noch, um ein feindlicher Helikopter zu sein! Ich hab'n feindlichen Heli in Sicht! Ich hab'n feindlichen Heli gesichtet! 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 Mein Rutsch zum Rutsch zum Rutsch zum Rutsch zum Rutsch. Ich hab'n einen rausgeschossen, mit Piloten! Ich hab'n feindlichen Heli gesichtet! Ja, ich hab'n feindlicher Panzerwagen! Was macht's? Schau auf, hier die Venom ist hier neben uns! Ne, ne, ist ganz schlechte Idee! Ganz schlechte Idee! Hier unten irgendwo rüber werden! Wir haben Einsatzziel Alpha erobert! Wir haben gerade Einsatzziel Eco-5! Ich geh' wieder rein, müsste ja gleich reichen! Auf der Seite! Anscheinend ist nördlich deiner Position ein feindlicher Panzer! Der muss da sein! Delta muss der sein! Da vorne ist er vorne! Oah, ich kippe die Hügel runter! Ah, ne, TV kommt. Ach, oder TV? Alter, wackelt gerade so. Hab wieder einen rausgeschossen. Wieder den Piloten. Hast du ihn? Guck mal da oben am Fahrstuhl. Guck mal hier oben bei C. Bei C sind am Fahrstuhl übelts. Hier ist viel da drin. Neues Ziel. Checkdown in der Kasse. AZ ist markiert. Weckt sich immer. Glöpfe immer nur einen Millimeter rein. Dann hab ich. Noch einen. Da ist ein feindlicher Panzerjäger. Südlich von dir. So. Ja, sind wir. Ah, knapp. Ja. Den Glück gehabt. Hinterm unten. Kommt da bestimmt gleich zur TV. Er hat einen Millimeter rausgekommen. Hast du schon beide weg? Ne, noch gar nicht. Der versteckt sich da hin so gut. Aber der wurde getroffen von irgendwas von der Stinger oder ne? Hat nicht mehr viel. Ah, fuck. Ich dachte, der kommt durch. Der versteckt sich. Der versteckt sich. Ne. Muss ziemlich tief sein. Der versteckt sich. Der versteckt sich. Der versteckt sich. Der versteckt sich. Kann sein. Ich hab sie nicht mehr gesehen. Ich habe gerade jemanden als HZ getrackt. Fakt ist. Herr, Einsatzziel Echo ist jetzt unter unserer Kontrolle. Östlich seiner Position scheint ein feindlicher Scharfschild zu sein. Auf jeden Fall haben sie nicht gedacht, dass sie zu kassieren. Moment, ich will fett. Auf die hier in den Standard zu gehen. Echt? Ich hab feindlich in die Kontrolle gesehen. Oh, der sonst hatte er noch. Hm, der schwule Itaker. Guck mal, pass auf, der andere Heli ist ab. Ich geb den mal lieber in die Zunge. Achtung, Achtung. Einer Ziel Echo ist schon ab. Lass dich von dir! Ich hab mal auch ein paar. Ich hab 18 oder 15. Also. Ja, ab. Sauber. Ab. Aber ich glaub, jetzt haben sie Plätze getauscht. Jetzt war dann wieder eine andere Tarnung drin. Okay. Ich hab ein bisschen Glück anscheinend. Also wieder. Rausgeschissen. Jo, bitte Edo. Achtung, Achtung. Einsatzziel Delta wurde neutralisiert. Westlich seiner Position ist ein Feinfahrzeug. Und wie lange ist er noch lustsam? Ja, ich fahr schon so. An alle. Einsatzziel Delta ist jetzt unter unserer Kontrolle. Was? Feindlicher Helikopter gesichtet! Boah. Fuck. Zu weit runter. Ich hab mit feindlichem Panzerjäger östlich deiner Position gesichtet. Meine Kalle muss gesetzt werden. Oh, was? Hätte ich treppen müssen. Fuck. Gejumpt einer. Dude. Ich hab mit feindlichen Helikopter gesichtet. Baut. Es ist schmutz. Oh, ja, ja, ey. Gaut kommt. Was? Genau an der Nase, vorbei. Oh, was? Wir haben mit feindlichen Helikopter gesichtet. Die sind noch mal rausgegangen, ich dachte die haben geswitcht oder so. Niemals. Wir haben schon eine Brand und ich hab hier noch eine rein. Ich wollte nicht zu cool sein mit einer Rappen. Ja, mach auf jeden Fall. Achtung! Jemand wurde immer Schatz getaggt. Löstlich seiner Position scheint ein feindlicher Panzerjäger nicht zu sein. Ja, da war es noch nicht wieder drin. Wollen sie links rum? Ich hab'n feindlichen Helikopter gesichtet. Ah, ich hab'n feindlichen Helikopter gesichtet. Ah, ich hab'n feindlichen Helikopter gesichtet. Nein, scheiße. Oh, 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 oh. Fuck. Gut versteckt. Geht unten lang, rechts. Wir haben feindlichen Helikopter gesichtet. Was warst du denn da? Komm zurück! Das Krauten. Die holen ein bisschen Treppen. Wo denn? Genau, unter uns. Was ist denn? Wie war das? Keine Ahnung, scheint da zu sein. Da kam nämlich gerade unser Venom. Wo kam das? Auflaufen. Hau. Oh. Südlich deiner aktuellen Stellung scheint es zeitlicher Panzerjäger zu sein. Schwing die Rufe, Mann! So richtig, wenn ich hier jetzt bin Hm? Schick deinen Arzt sofort wieder hierher! Theoretisch müsste es das denn Yo Und jetzt? Keine Ahnung, haben sie uns gekickt oder so? Oder Runde wieder Neustart, wie vorhin Es wäre ja uncool